Ah, ich will hier ein bisschen. Noch die große Liebe droht an der Bevorstellung der Obdachlosigkeit zu zerbrechen. Manfred kann machen, was er will. Eine bezahlbare Wohnung ist nicht in Sicht. Und jetzt, was kannst du machen? Wir sind noch ein Glas, hier und guck zu Feuer. Was kann man, dass du noch nicht machen wolltest? Ich habe eine Frage, was ich jetzt mache, ich den hier. Ich habe eine Frage, was ich jetzt mache, ich den hier. Ich sage immer nur, was ich jetzt mache. Wer weiß denn, was soll ich machen, ich den Romo? Nur, das ist noch nichts. Nur, das ist noch nichts. Der 63-Jährige, der Hände in Druck, seiner Finanze.